Und wenn man dann, keine Ahnung, sich mit demjenigen über Pikachu unterhält, man hat irgendwo eine ganz andere Ausgangsbasis. Das ist jetzt natürlich nicht die super krasse Eigenschaft von Pikachu, das, was das Pokémon auszeichnet, dass es halt ein dickes Pokémon ist oder so. Aber es ist schon ein Unterschied. Genauso Rosana. Rosana hatte ganz, ganz am Anfang der ersten Generation auch im Anime noch eine schwarze Hautfarbe und dann später ist es zu einer lilanen Hautfarbe einfach geworden und hat sich dahingehend verändert. Und so ist es eigentlich bei jedem einzelnen Pokémon der Fall, dass es sich irgendwo in seiner Form oder in seiner Farbe verändert hat und man nicht die Pokémon da hat, die man in der allerersten Generation zu Gesicht bekommen hat. Mewtwo wurde zum Beispiel viel dynamischer gemacht, viel, viel weicher, viel sanfter. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier auf die Schnelle finde. Mewtwo aus der aller, allerersten Generation, das war wirklich, das sah richtig schlimm aus. Irgendwo hier müsste ich einen Sticker haben mit dem Bild von Mewtwo drauf aus der ersten Generation. Der hatte so richtige Kugeln am Körper, Beulen und alles mögliche und sah wirklich sehr, sehr unförmig aus. Und tatsächlich irgendwo, wenn man mal ganz ehrlich ist, sah Mewtwo aus wie kein richtiges echtes Pokémon, sondern eher ein Pokémon, was in einem Reagenzglas einfach herangezüchtet wurde, was halt nicht so ausschaut wie sämtliche andere Pokémon, die es in dem Spiel gibt oder in dem Spiel gab. Nice! Hier haben wir eins, was wir noch nicht im Pokédex registriert haben, ein Galoppa. Das können wir hier eintüten und kommen. Nur nicht das Ziel aus den Augen verlieren, das ist nämlich das eigentliche Ziel, hier unsere Pokédex-Einträge mal ein bisschen auf Vordermann bringen. So, und das finde ich halt auch wirklich sehr, sehr, sehr faszinierend, dass die Pokémon so eine massive Wandlung einfach durchzogen haben. Und dass man nicht mehr wirklich sagen kann, okay, dieses Aussehen, dieser Schatten, diese Silhouette gehört zu diesem Pokémon. Weil vor 20 Jahren kann das vielleicht noch ein ganz anderes Pokémon gewesen sein, was ganz anders aussah. Mensch, ich werfe schon Hyperbälle. Kannst du bitte mal drinnen bleiben, Galoppa? Wir wollen nämlich hier 50 Pokémon im Pokédex registriert haben, einfach nur, damit wir in der Arena mitspielen können. Es ist irgendwie sehr, sehr dumm gemacht, der Quest. Ich meine, in der allerersten Arena, da gehe ich noch mit. Ja, da gehe ich noch mit, dass man da ein Pokémon, dass man nachweisen muss, dass man ein Pokémon hat, was sehr effektiv gegen Gesteins-Pokémon ist. Dass man dem Pflanzen-Pokémon oder dem Wasser-Pokémon zeigen soll. Und ansonsten nicht in die Arena rein darf, weil das verhindert, dass man frustriert ist, weil man in der Arena einfach komplett aufgeregt wird. Macht Sinn, gehe ich mit. Das schützt quasi neue Spieler davor, in der Arena aufgerieben zu werden und dann direkt keine Lust mehr auf Pokémon zu haben, weil die neuen Spieler quasi total unterlevelt sind, die Fähigkeiten, die Wechselwirkungen der Typen nicht ganz verinnerlicht haben und dadurch halt hier einen riesigen Nachteil haben. Ich habe da einen Evoli gesehen. Ich habe da ganz, ganz klein, winzig einen Evoli gesehen. Habt ihr es auch gesehen? Ich meine, wir haben einen Evoli da. Ja, von daher braucht man nicht unbedingt eins, aber ich habe da einen Evoli rumrennen gesehen. Das war echt episch. Das war echt episch jetzt in dem Moment, weil... Das ist schon schwierig. Es wäre möglich, einen Nachtara mit am Start zu haben. Aber es ist nicht unser Nachtara dann. Also das ist echt super ärgerlich dann. Die Luna ist unser Evoli, was wir hier am Start haben, aber hier düst noch ein Evoli rum. Und wenn wir den Pokédex vervollständigen wollen, dann ist das natürlich hier eine super Gelegenheit, an ein Evoli zu kommen, um dann Nachtara, Aquana und so weiter alle zu bekommen. Ist halt echt schwierig. Ich weiß selber nicht, warum ich das jetzt hier gefangen habe, weil wir dürfen es ja nicht trainieren. Wir dürfen dem Evoli auch keinen Entwicklungsstein geben. Und einen neuen Pokédex-Eintrag kriegen wir hier ja sowieso nicht. Nice! Ponita! Ponita ist schön. Galoppa haben wir gefangen. Ponita noch nicht. Das heißt, noch ein Eintrag für den Pokédex. Jawoll, das können wir gut gebrauchen. So. Wupp. Großartig. Schön. So. Wunderbar. Schön. Wo war ich vor? Ach genau. Das Design von vielen Pokémon abgeändert haben. Was ich irgendwo interessant, aber auch nicht so sehr schön finde. Ich meine, klar, man könnte jetzt im Fall von Mewtwo und von Pikachu einfach argumentieren, ja gut, dann haben sie die halt ein bisschen formiger einfach gemacht, haben gemacht, dass Pikachu halt nicht ganz so bummelig ist, dass es vielleicht cuter aussieht dadurch. Keine Ahnung, ob jemand das pummelige Pikachu cuter findet oder das neue, dünne Pikachu. Und ja, also man kann da definitiv, sag ich mir mal ein Einflusszeichen, unterstellen oder reininterpretieren, dass sie wollten, dass es einfach, dass man sich wohler fühlt, dass die Pokémon irgendwo cuter sind und besser ausgestaltet hat. Da kommt aber dann genau das Gegenargument. Es gibt auch Pokémon, die sie im Nachhinein runder gemacht haben, die sie im Nachhinein dicker gemacht haben. Dazu gehört zum Beispiel Caboera. Caboera ist ein Kampf-Pokémon, ist quasi auf derselben Entwicklungslinie wie Kikli und Nocchan, nur dass es halt Caboera als Kampfsportart beherrscht. Und da ist es so, dass mit jeder einzelnen Generation das Caboera einmal im Volumen aufgegangen ist, mehr geworden ist, dicker geworden ist einfach und hier mehr auf dem Rippen hatte und gleichzeitig aber auch mit jeder einzelnen Generation, sag ich mir mal, der Gesichtsausdruck von dem Caboera unglücklicher geworden ist. Das heißt, wir haben hier, ich glaube, in der zweiten Generation wurde das Pokémon eingeführt, ein Caboera, was fast schon Lächeln auf den Lippen hatte und sehr, sehr dünn war und sich quasi auf den Kopf so gedreht hat, gekreifelt hat. Und jetzt in der aktuellen Generation, in Schwert und Schild, haben wir ein Caboera, was vom Körpervolumen her schon sehr, sehr, sehr stark an Relaxo ankommt, was eine richtige breite Kugel ist. Also machen wir einen Blubsauger. Und was ich deutlich wichtiger noch finde als das bloße Körpervolumen, es hat einen sehr, sehr traurigen Gesichtsausdruck bekommen. Es hat quasi einen Mund, der nach unten geht, was sehr, sehr frustriert reinschaut, sehr unglücklich, sehr wütend irgendwo auch reinschaut. Und ich weiß nicht, ob das das Pokémon sympathischer macht, ob das das Pokémon irgendwie authentischer macht oder so, weil ich wüsste nicht, warum man unbedingt einen Pokémon, welches sich quasi hauptsächlich mit Kampfsportart auseinandersetzt und den lieben langen Tag immer bloß Kampfsport macht, warum man das unbedingt mit den Generationen immer, immer dicker machen muss, immer übergewichtiger und dann auch noch unglücklicher und mit einem grummeligeren Gesicht. Das ist, das ist schon, das erschließt sich mir nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier haben wir noch einen Supertrank, finden wir da oben vielleicht noch ein paar Pokémon. Ich würde jetzt hier wirklich gerne die alle mitnehmen, gegen die wir was sehr Effektives haben, wie zum Beispiel das Flamara jetzt gerade, aber die Pokémon, wo wir jetzt nicht unbedingt was sehr Effektives gegen haben, würde ich erstmal ein bisschen auslassen, weil ich habe das Gefühl, dass wir hier einfach vom Level her schon relativ gut aufgestellt sind. Ich meine, klar, wir haben noch nicht das Level erreicht, womit man einfach die V4 durchrennen könnte, aber ich denke, es ist schon relativ gut aufgestellt. Level 44 gegen Level 35, das kann man jetzt nicht so pauschal betrachten, kann man jetzt nicht sagen, okay, hier haben fast 10 Level, das reicht locker. Aber einfach aus dem Grund, weil es nicht bei Level 35 bleibt. Leider. Es ist, wir haben schon gegen Level 40er gekämpft. Level 40 zu Level 44 ist noch okay. Und ich gehe hier einfach davon aus, dass in der nächsten Arena wir schon gegen Level 50er Pokémon antreten werden. Von daher reicht das Level bei weitem nicht aus. Aber, jetzt kommt das große Aber, sämtliche, sag ich mir mal, Minions, sämtliche Kleintrainer in der Arena sind für uns leichte Beute, dadurch, dass wir eine sehr effektive Attacke gegen die Impetto haben. Und dadurch, dass wir halt diese sehr effektive Attacke hier mit Qualzone gegen die nächste Arena haben, sollten wir die relativ easy ausschalten können, sollten da sehr, sehr viele Gegner besiegen können, und dann von Level 46, sag ich mir mal, auf Level 48, Level 49, ohne, nee, von Level 44, Level 48, Level 49, ohne Probleme eigentlich hochkommen sollen, damit selbst ein Level 50er Gegner, sag ich mir mal, handelbar ist. Es wird kein Spaziergang, definitiv, keine Frage, es wird kein Spaziergang, die nächste Arena, aber es sollte mittlerweile schon handelbar sein. Vor allem dadurch, dass wir den Spezialangriff von den Gegnern nicht senken können, das wäre irgendwo faktisch falsch, aber dass wir mit Lichtschild einfach machen können, dass Spezialattacken weniger Schaden haben. Drei Superbälle gefunden, nice, dankeschön, in der Fangtasche verstaut. So, von daher würde ich jetzt mal nach unten gehen, mich weiter nach unten orientieren, im hohen Gras so ein kleines bisschen gucken, ob hier irgendwo noch ein neues Pokémon ist, was wir noch nicht gefangen haben. Falls hier keine neuen Pokémon kommen, haben wir definitiv noch ein Taurus, was wir fangen können. Uh, Shilok, nee, 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 gegen Shilok haben wir nichts. Ähm, hm, schade. Irgendeins, also wenigstens ein Pokémon noch, dass wir näher herankommen. Wir sollten jetzt mittlerweile bei 40 Pokémon ungefähr sein, aber die 50, das haben wir schon. Na komm, gut, gut, gut. Wenigstens irgendeins, Galoppa, haben wir nun ausgerechnet auch schon, das haben wir genau hier auch gefangen. Ähm, hier ist natürlich keins weiter. Das Snowbillicat mache ich lieber mal einen Bogen drumrum. Joa, ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Eventuell noch ein paar Wasser-Pokémon. Ähm, ich weiß nicht, ob wir eine Angel haben. Wasser schlägt sanfte Wellen. Ich glaube, wir haben noch keine Angeln mit eingetütet. Hm, ich schaue mal einfach, äh, dann rechts im Gras vorbei. Das sollte ja auch noch mal einiges sein. Vielleicht auch in der Safari-Zone, in dem, äh, Go-Park. Eventuell sind da auch noch mal welche. Haben wir schon ein Radfratz? Ich, äh, würde sagen, wir haben schon ein Radfratz. Aber man kann ja, man kann ja einfach nicht zu viele Pokémon hier eintüren. Ähm, und daher gehen wir einfach mal auf Nummer sicher. Radfratz ist gefangen. Klasse, Radfratz wurde gefangen. Nice. Schön. So, ich wette, hatten wir schon ein Pokédex registriert, oder? Ja. Wurde in der Pokébox gelagert. Ist hier noch... Dodri haben wir noch nicht. Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass wir Dodri noch nicht im Pokédex registriert haben. Dass wir ein Dodu haben, aber kein Dodri. Ähm, Beutel. Da brauchen wir auf jeden Fall was. Da brauchen wir Himiwehre. Jawohl. Einsetzen. Wusch. Beutel, äh, haben wir andere Bälle? Superbälle haben wir. Ganz, 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 ganz viele. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt nicht die Pokédex einsetzen, weil die würden hier garantiert nichts bringen. Das ging grandios daneben. Da bist du sehr, sehr schön jetzt hier ausgewichen. Du kannst uns auch so zeigen, dass du gut ausweichen kannst. Hilft dir das aber auch, um aus dem Ball auszubrechen. Ja, leider schon. Leider schon. Das hat irgendwie doch geholfen. Na, Mann, jetzt ist der Kreis wieder komplett rot. Aber ich habe auch keine Lust jetzt hier jede einzelne Runde Bären einzusetzen, um Bären zu füttern. Brauchen wir zum Glück auch nicht, weil das Ganze ist ja bloß Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn die Wahrscheinlichkeit höher ist, es ist zwar einfacher, den zu fangen, aber ja, müssen wir jetzt nicht unbedingt. Neuer Eintrag im Pokédex. Schön. Nice. Wie viele haben wir jetzt im Pokédex drin? Es müssten um die 40 sein. Wenn wir Glück haben, schon 41. Pokédex, komm her. Wie viele haben wir drin? Gefangen 41. Gesehen 101. Okay, hier sind nur ein paar Taubsis. Die haben wir ja alle, selbst Tauboss schon. Da würde ich sagen, orientieren wir uns jetzt mal rechts von der Stadt. Da ist definitiv ein Tauros gewesen, was wir noch mit einfangen können, was wir mit eintüten können. Und ja. Besonderer Dank geht an dieser Stelle raus an die beiden Shiny-Füchse GG McNuggets und X-Barney G. Vielen Dank, Leute.